König Charles III. enthüllte Anfang der Woche sein erstes offizielles königliches Portrait. Warum dieses jetzt Schlagzeiten macht? Am Dienstag präsentierte der britische Monarch König Charles III. 75, gemeinsam mit Königsgemahlin Camilla, 76, in Buckingham Palace sein erstes Gemälde seit der Krönung, und erhält dafür jetzt so einige Kritik. Sieht aus, als wäre er in der Hölle. Das zweieinhalb Meter hohe Portrait zeigt König Charles in der Uniform der walisischen Garde. Dies ist eine Anspielung auf seine geschätzte Rolle als Regimentsoberst seit 1975. Der König posiert, die Hände auf seinem Schwert, vor einem Hintergrund in der dominierenden Farbe rot. Über der rechten Schulter des Königs schwebt ein Monarchfalter. Laut Künstler Jo ist der Schmetterling repräsentativ für Charles' Verwandlung zum König. Charles III. scheint das Portrait zu gefallen, so hält der 75-Jährige während der Enthüllung erst einmal inne, um dieses zu bewundern. Im Anschluss folgt sogar ein zustimmendes Nicken in Richtung Joos. Dieser erklärte später BBC News gegenüber, dass der König das Gemälde bereits in einem halbfertigen Zustand sah und ursprünglich wohl noch Bedenken gegenüber diesem gehabt hätte. Er wäre wohl leicht überrascht von der kräftigen Farbe gewesen. Das fertige Kunstwerk scheint den König dann aber wohl überzeugt zu haben. Camilla Anderseits soll bereits als sie das Portrait zum ersten Mal gesehen habe, direkt zufrieden gewesen sein und zum Künstler gesagt haben, ja, sie haben ihn. Der königlichen Familie scheint das Portrait also zu gefallen, doch haben viele Royal Fans anscheinend eine ganz andere Meinung. Es tut mir leid, aber sein Portrait sieht aus, als wäre er in der Hölle. Wollte der Künstler uns damit sagen, dass Charles der Teufel ist? Schreibt eine Person in den Kommentaren zum Instagram-Bild der königlichen Familie von dem Gemälde. Das sieht ja schrecklich aus. Ich würde Juni wieder anstellen, mischt sich eine andere Person ein. Ein weiterer schreibt wow, das ist wirklich rot. Aber gut, so sieht man zumindest nicht viel von Charles.